In einer verzweifelten Nacht findet sich eine Frau alleine auf der Straße wieder, nachdem ihr Auto gestohlen wurde. Ein Fremder, mit einem freundlichen Blick und einem Hilfsangebot, hält an, um sie dort herauszuholen. Drei Jahre später enthüllt ein Appell im Fernsehen, dass der unbekannte Mann, der sie gerettet hat, in Wirklichkeit jemand ist, der eine tiefe Verbindung zu ihrem eigenen Leben hat. Als sie die Wahrheit entdeckt, steht sie vor einer neuen Gelegenheit, die erhaltene Hilfe zu erwidern und findet sich in ein Schicksal verwickelt, das größer ist, als sie jemals gedacht hätte. Olivia seufzte tief, während sie die einsame Straße entlang fuhr und das Gewicht des Tages auf ihren Schultern spürte. Die Sonne ging am Horizont unter und färbte den Himmel in Schattierungen von Orange und Pink, doch sie bemerkte kaum die Schönheit um sich herum. Ihre Gedanken kreisten um die Rechnungen, die zu bezahlen waren, den stressigen Job und das ständige Gefühl, dass etwas in ihrem Leben fehlte. Mit 35 Jahren hatte Olivia in den Augen anderer ein scheinbar perfektes Leben. Seit zehn Jahren mit einem fürsorglichen Mann verheiratet, hatte sie einen sicheren Job als Geschäftsführerin in einem örtlichen Laden und lebte in einem komfortablen Haus in einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kannte. Doch tief im Inneren fühlte sie sich leer und unzufrieden. Während sie fuhr, dachte Olivia darüber nach, wie sie an diesen Punkt gelangt war. Sie war immer eine ehrgeizige Person gewesen, die von großen Errungenschaften und Abenteuern träumte. Aber irgendwie hatte das Leben sie auf einen anderen Weg geführt. Sie hatte jung geheiratet, früh Verantwortung übernommen und ehe sie sich versah, war sie in einer Routine gefangen, die all ihre Energie und Begeisterung zu rauben schien. Ihre Gedanken wurden abrupt unterbrochen, als sie bemerkte, dass ein Auto rasch von hinten näher kam. Bevor sie reagieren konnte, überholte das Fahrzeug sie und stoppte abrupt vor ihr, wodurch sie gezwungen war, zu bremsen. Zwei vermummte Männer sprangen aus dem Auto, einer von ihnen schwenkte eine Waffe. »Steigen Sie jetzt aus dem Auto«, rief einer von ihnen und richtete die Waffe auf Olivia. Mit Herzklopfen und zitternden Händen gehorchte Olivia. Sie beobachtete hilflos, wie die Männer in ihr Auto stiegen und davon rasen, sie allein auf der dunkeln und verlassenen Straße zurücklassend. Tränen der Angst und Frustration liefen Olivia über das Gesicht, während sie am Straßenrand entlang ging und versuchte, zu verarbeiten, was gerade passiert war. »Warum musste das mir passieren?«, murmelte sie vor sich hin und kickte Steine auf dem Weg. »Als ob mein Leben nicht schon schwer genug wäre.« Nach etwa einer halben Stunde zu Fuß sah Olivia Scheinwerfer näher kommen. Ein Auto verlangsamte und hielt neben ihr an. Der Fahrer, ein freundlich aussehender Mann in seinen 40er Jahren, kurbelte das Fenster herunter. »Geht es Ihnen gut, gnädige Frau?«, fragte er mit aufrichtiger Besorgnis in seiner Stimme. Olivia zögerte einen Moment, noch immer von dem früheren Vorfall erschüttert. Aber etwas in dem Ausdruck des Mannes ließ sie fühlen, dass sie ihm vertrauen konnte. »Mein Auto wurde gestohlen,« antwortete sie, ihre Stimme zitterte leicht. »Ich war auf dem Heimweg und...« »Mein Gott, wie schrecklich!«, rief der Mann aus. »Bitte, lassen Sie mich Ihnen helfen.« »Ich kann Sie zur nächsten Polizeiwache bringen, um eine Anzeige zu erstatten.« Olivia nickte, dankbar für das Angebot, aber immer noch vorsichtig. Sie stieg ins Auto und stellte sich kurz vor. »Freut mich, dich kennenzulernen, Olivia.« »Ich bin Eason,« antwortete der Mann mit einem beruhigenden Lächeln. »Es tut mir so leid, was dir passiert ist.« »Es muss sehr beängstigend gewesen sein.« Während der Fahrt versuchte Eason, Olivia mit ein bisschen leichter Konversation zu beruhigen. Er erzählte von der kleinen Stadt, in der er lebte, nicht weit von dort entfernt, über seinen Job als Gymnasiallehrer und über seinen zehnjährigen Sohn Noah. Allmählich begann sich Olivia entspannter zu fühlen. Es gab etwas an Ethans ruhiger und sanfter Art, das sie sicher fühlen ließ. Sie murmelte und drückte aus, wie der Diebstahl ihres Autos sie erschrocken und frustriert zurückgelassen hatte. »Manchmal überrascht uns das Leben und zwingt uns, mit dem Unerwarteten umzugehen,« reflektierte Eason in nachdenklichem Ton. »Aber ich glaube, dass in jeder Erfahrung, ob gut oder schlecht, eine Lektion darauf wartet, gelernt zu werden.« Seine Worte halten in Olivias Gedanken nach, als sie bei der Polizeistation ankamen. Sie dankte Eason überschwänglich für seine Hilfe. »Es gibt keinen Grund, mir zu danken,« antwortete Eason mit einem warmen Lächeln. »Ich hoffe, dass sich die Dinge für dich verbessern, Olivia.« »Denk daran, dass es immer Licht am Ende des Tunnels gibt.« Mit diesen Worten verabschiedete sich Eason und ging, und ließ Olivia mit einem Gefühl der Dankbarkeit und einer neuen Perspektive auf ihre Situation zurück. Bei der Polizeistation erstattete Olivia Anzeige und rief ihren Mann Lukas an. Er kam nach wenigen Minuten, sichtlich besorgt. »Olivia, mein Schatz, geht es dir gut?«, fragte er und umarmte sie fest. »Ich hatte so große Angst, als du mich angerufen hast.« »Gott sei Dank ist dir nichts passiert, das ist, was zählt.« Die aufrichtige Sorge in Lukas' Augen berührte Olivia tief. Sie erkannte, dass sie inmitten all ihrer Frustrationen und Unzufriedenheiten die Liebe und Unterstützung, die sie zu Hause hatte, vernachlässigt hatte. »Mir geht es gut, Lukas,« antwortete sie emotional. »Ich bin nur ein bisschen durchgeschüttelt.« Lukas hielt ihre Hände zwischen seinen. »Das Auto, die gestohlenen Sachen, all das ist unwichtig.« »Wichtig ist, dass du in Sicherheit bist.« »Wir können alles andere zusammen bewältigen.« In diesem Moment fühlte Olivia eine Welle der Dankbarkeit, Lukas an ihrer Seite zu haben. Vielleicht war ihr Leben nicht so schlecht, wie sie dachte. Vielleicht musste sie nur ihre Perspektive ändern. Alles wurde Olivia klar. Die wahre Essenz des Lebens lag nicht in den Sorgen, die sie trug, sondern in den einfachen und wesentlichen Dingen, Gesundheit, die Anwesenheit derjenigen, die sie liebten, und das Leben selbst. Sie erkannte, dass ihre Ängste und Sorgen, die einst so überwältigend schienen, tatsächlich kleine Probleme waren, denen sie ein übermäßiges Gewicht beschmessen hatte. Eine Zeit lang kam Olivia nach der Arbeit immer schlecht gelaunt nach Hause, mit dem Stress und den angesammelten Frustrationen des Tages im Gepäck. Lukas, ihr Ehemann, war zum unfreiwilligen Ziel dieses inneren Aufruhrs geworden. Sie ließ ihre Unzufriedenheit an ihm aus, ohne zu merken, dass sie damit genau die Person von sich stieß, die sich am meisten um sie kümmerte. Jetzt, mit einem neuen Blickwinkel auf das Leben, erkannte Olivia, wie unfair das war, sowohl Lukas gegenüber als auch ihr selbst. Aber die folgenden Tage waren schwierig für Olivia. Sie musste sich mit der Versicherungsbürokratie auseinandersetzen, ein neues Auto finden und die Angst überwinden, die der Überfall hinterlassen hatte. Doch etwas hatte sich in ihr verändert. Ethans Worte über das Lernen aus jeder Erfahrung und Lukas' liebevolle Reaktion ließen sie ihr Leben aus einer neuen Perspektive betrachten. Olivia begann, kleine Veränderungen in ihrem Alltag vorzunehmen. Sie widmete wieder mehr Zeithobbys, die sie aufgegeben hatte, wie Malen und Gärtnern. Allmählich entdeckte sie die Freude an den kleinen Dingen des täglichen Lebens wieder. Auch ihre Beziehung zu Lukas verbesserte sich, da sie mehr über ihre Gefühle und Träume sprach. Olivia hatte eine neue Balance gefunden. Sie stand immer noch vor Herausforderungen und Momenten des Zweifels, aber sie hatte gelernt, damit auf eine positivere Weise umzugehen. Drei Jahre nach dem Vorfall auf der Straße, an einem ruhigen Sonntagnachmittag, war Olivia dabei, alte Kisten auf ihrem Dachboden zu ordnen. Unter staubigen Fotos und vergessenen Erinnerungen fand sie ein Familienalbum, das sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Auf dem Dachboden sitzend begann Olivia, in dem Album zu blättern und lächelte, als sie bekannte Gesichter und glückliche Momente aus der Vergangenheit sah. Plötzlich stoppte sie bei einem Foto, das ihr den Atem stocken ließ. Es war ein Bild von einem Familienpicknick vor vielen Jahren, und dort, unter den lächelnden Kindern, war ein Gesicht, das sie sofort erkannte, Eason, der Mann, der ihr vor drei Jahren auf der Straße geholfen hatte. Verwirrt und fasziniert betrachtete Olivia das Foto genauer. Ja, es war definitiv Eason, jünger, aber unverkennbar. Sie drehte das Foto um und sah eine Notiz, jährliches Familienpicknick, 1990. Darunter war eine Liste von Namen, einschließlich Eason Thompson. Die Offenbarung traf Olivia wie ein Blitzschlag. Eason war nicht nur ein freundlicher Fremder, der ihr in einem Moment der Not geholfen hatte, er war ihr entfernter Cousin, Teil einer Familie, die sie kaum kannte. Ihre Familien standen sich früher nahe, aber aufgrund einiger Konflikte, deren Einzelheiten im Laufe der Zeit verloren gegangen waren, hatten sie sich auseinandergelebt. Ein Teil von Ethans Familie war in eine andere Stadt gezogen, und im Laufe der Jahre hatten sie den Kontakt verloren. Diese Entdeckung ließ Olivia nachdenklich werden. Sie überlegte über die Zufälle des Lebens und wie das Schicksal sie in einem Moment der Not wieder mit einem vergessenen Teil ihrer Familie in Kontakt gebracht hatte. Sie war dankbar, erneut, für Ethans Freundlichkeit an jenem Tag und bedauerte, nach dem Vorfall keinen Kontakt mehr zu ihm gehalten zu haben. An diesem Abend war Olivia besonders emotional und müde nach der Entdeckung auf dem Dachboden. Sie beschloss, sich ein wenig zu entspannen und schaltete, entgegen ihrer gewöhnlichen Gewohnheit, den Fernseher im Wohnzimmer ein. Sie war im Begriff, den Kanal zu wechseln, um einen Film zu sehen, als eine Nachrichtensendung ihre Aufmerksamkeit erregte. Auf dem Bildschirm sah Olivia ein bekanntes Gesicht, es war Eason, der älter und müder aussah, als sie ihn in Erinnerung hatte. Er hielt einen emotionalen Appell, indem er um Hilfe bat, um einen passenden Knochenmarkspender für seinen Sohn Noah zu finden. Mein Sohn Noah ist erst 13 Jahre alt und kämpft gegen eine aggressive Form von Leukämie, sagte Eason, seine Stimme vor Emotionen erstickt. Er benötigt dringend eine Knochenmarktransplantation, aber bisher haben wir keinen kompatiblen Spender gefunden. Bitte, lassen Sie sich testen, ob Sie als Spender in Frage kommen. Sie könnten das Leben meines Sohnes retten. Olivia spürte, wie sich ihr Herz zusammenzog. Der glückliche und gesunde Junge, den Eason vor drei Jahren während dieser Autofahrt erwähnt hatte, kämpfte jetzt um sein Leben. Sie erinnerte sich, wie Eason mit so viel Liebe und Stolz von Noah gesprochen hatte und wie dieses Gespräch ihr geholfen hatte, sich aus ihrem eigenen Zustand der Selbstmitleid zu befreien. Ohne zu zögern, schrieb Olivia die auf dem Bildschirm angezeigte Kontaktnummer auf, während sie eine Mischung aus Hoffnung und Angst verspürte. Am nächsten Tag rief sie das angegebene Krankenhaus an und bot an, den Kompatibilitätstest zu machen. Obwohl sie ihre Verbindung zu Ethans Familie erwähnte, wusste sie, dass die Chancen auf Kompatibilität gering waren, aber es war dringend notwendig, es zu versuchen, als ginge es um etwas Größeres. Die folgenden Wochen waren ein Wirbelsturm der Gefühle. Olivia durchlief die Tests und versuchte, ihre Erwartungen im Zaum zu halten, aber der Gedanke, die Person sein zu können, die Noah rettet, verfolgte sie jeden Tag. Jedes Mal, wenn ihr Telefon klingelte, raste ihr Herz, nur um von Routineanrufen enttäuscht zu werden. Das Warten wurde zu einer stillen Tortur, während sie versuchte, ihre täglichen Verpflichtungen mit der wachsenden inneren Spannung zu vereinbaren. Dann, einen Monat später, als das Telefon endlich klingelte und die Nummer des Krankenhauses anzeigte, fühlte sich Olivia, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Mit zitternden Händen nahm sie den Anruf entgegen, ihr Herz pochte wie ein Trommel in ihrer Brust. Am anderen Ende der Leitung brachte die ruhige und kontrollierte Stimme einer Krankenschwester Neuigkeiten, die alles veränderten. Frau Olivia, wir haben gute Nachrichten. Ihre Ergebnisse zeigen, dass sie ein kompatibler Spender für Noah Thompson sind. Wir würden gerne wissen, ob sie weiterhin bereit sind, die Spende durchzuführen. Für einen Moment war Olivia still, die Worte der Krankenschwester halten in ihrem Kopf wieder. Tränen der Erleichterung, gemischt mit Unglauben, liefen ihr über das Gesicht. Ja, natürlich, antwortete sie, ihre Stimme erstickt vor Emotionen. Die Realität der Situation traf sie endlich, sie hatte die Macht, ein Leben zu retten. Die folgenden Tage waren geprägt von einer Mischung aus Erleichterung und Druck. Olivia unterzog sich weiteren Tests und erhielt Anweisungen zum Verfahren, während Lukas, ihr Ehemann, an ihrer Seite blieb und unerschütterliche Unterstützung bot. Er hielt ihre Hand in Momenten der Unsicherheit, bewunderte ihren Mut und die Entscheidung, das Leben eines anderen über ihre eigenen Ängste zu stellen. Schließlich war der Tag der Spender gekommen. Im Krankenhaus traf Olivia wieder auf Eason, und der Schock in seinem Gesicht, als er sie erkannte, offenbarte das emotionale Gewicht des Augenblicks. Er war sichtlich erschöpft, aber seine Augen leuchteten vor einer Mischung aus Dankbarkeit und Unglauben. Olivia stammelte er, seine Stimme stockend. Ich, ich kann nicht glauben, dass du es bist. Olivia lächelte, ihr Herz überflutet von Emotionen. Wie könnte ich dich vergessen, Eason? Du kamst in mein Leben, als ich es am meisten brauchte. Jetzt ist es an mir, das Gefallen zu erwidern. Eason umarmte sie fest, unfähig, die Tränen zurückzuhalten. Danke, flüsterte er, seine Stimme brach vor Emotionen. Du hast keine Ahnung, was das für uns bedeutet. Der Spendenprozess war intensiv, aber Olivia fühlte sich im Reinen, da sie wusste, dass sie etwas tat, das wirklich wichtig war. Während ihrer Genesung, in der sie gespannt auf Neuigkeiten über Noah wartete, fühlte sich jeder Tag wie eine Ewigkeit an. Als sie ihn schließlich besuchen dürfte, fand sie den Jungen von Maschinen umgeben, aber mit einem schwachen Lächeln voller Dankbarkeit. Also bist du meine Heldin, sagte Noah, seine Stimme zerbrechlich, aber seine Augen strahlten vor Hoffnung. Olivia hielt seine Hand und spürte die Stärke der Bindung, die sie geschaffen hatten. Wir sind zusammen in diesem, Noah. Du bist mutiger, als du denkst. In den folgenden Monaten überwachte Olivia Noas Genesung genau, während sie und Eason ihre Familienbande stärkten und das, was als Tragödie begann, in eine Erneuerung von Glauben und Hoffnung verwandelten. Die Familien, einst distanziert, trafen sich nun regelmäßig und feierten die zweite Chance, die ihnen das Leben geboten hatte. Für Olivia war die Erfahrung ein Wendepunkt. Sie entdeckte die Bedeutung ihres eigenen Lebens neu und erkannte, dass trotz der Schwierigkeiten und der Routine Schönheit und Sinn in jedem Tag lagen. Die Dankbarkeit für die einfachen Dinge und die Menschen um sie herum wurde zu ihrer neuen Lebensweise, und sie begann, Wege zu suchen, um zurückzugeben, was sie erhalten hatte, im Glauben, dass selbst in den dunkelsten Momenten immer etwas Größeres am Werk ist. Ein Jahr nach der Transplantation versammelten sich die Familien, um Noas Geburtstag und seine erfolgreiche Genesung zu feiern. Am Tisch sitzend, das Lachen und die Freude um sich herum beobachtend, reflektierte Olivia über die unglaubliche Reise, die sie erlebt hatte. Eason nährte sich ihr und hielt zwei Gläser Champagner. Ein Toast, schlug er vor und reichte Olivia ein Glas. Worauf sollen wir anstoßen, fragte sie lächelnd. Auf das Leben, antwortete Eason und sah fürsorglich zu Noah, der mit anderen Kindern im Garten spielte. Auf die Wunder, die geschehen, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Und auf die Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben treten. Olivia hob ihr Glas und fühlte eine tiefe Dankbarkeit. Als die Gläser klirrten, spürte Olivia einen Frieden, den sie lange nicht erlebt hatte. Sie verstand, dass es selbst in den schwierigsten und unerklärlichsten Momenten einen größeren Plan gab. Jede Erfahrung, jede Begegnung, jede Herausforderung hatte sie zu dem gemacht, was sie war, und zu diesem Moment geführt. In diesem Moment, umgeben von Familie und Freunden, mit dem Klang von Noas Lachen im Hintergrund, begriff Olivia schließlich die wahre Lektion ihrer Reise. Das Leben, mit all seinen Überraschungen und Wendungen, war ein kostbares Geschenk. Und jeder Tag war eine neue Gelegenheit, einen Unterschied zu machen, zu lieben und dankbar zu sein. Als sie in dieser Nacht in den sternenklaren Himmel blickte, lächelte Olivia und fühlte sich mit ihrer Vergangenheit im Reinen und hoffnungsvoll für die Zukunft. Sie wusste, dass, egal was das Leben für sie bereithalten würde, sie bereit sein würde, es mit Mut, Mitgefühl und einem offenen Herzen für die Wunder, die jeder neue Tag bringen könnte, zu meistern. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen! Ich habe das gerade wieder